Wir gehen jetzt nach Brüssel zum Wirtschaftswissenschaftler Daniel Groß von der Denkfabrik CIPS. Schönen guten Abend. Schönen Abend. Herr Dr. Groß, 131 Staaten sollen bei dieser Mindeststeuer bereits mit an Bord sein. 2023 soll sie schon in Kraft treten. Halten Sie es realistisch, dass die Steuer tatsächlich kommt und das auch noch so schnell? Ich glaube, es wird schon ein Übereinkommen geben, auch relativ schnell. Aber es werden noch Jahre vergehen, bevor es auch wirklich umgesetzt werden kann. Bevor wirklich auch mehr Steuereinnahmen fließen werden. Weil es doch sich darum handelt, dass in vielen verschiedenen Staaten Steuergesetze verändert werden müssen. Und das geschieht nicht von heute auf morgen. So ein System der globalen Mindeststeuer ist etwas völlig Neues. Wie lange wird es da dauern, bis man so ein System in allen Staaten implementiert hat und tatsächlich auch alle Staaten zum Mitmachen bewegen kann? Ich glaube, man sollte sich nicht erwarten, dass alle Staaten mitmachen. Es kommt ja darauf an, dass die wichtigen Mitmachen, insbesondere, dass man die Steueroasen zumindest teilweise mit reinnimmt. Und wenn das geschafft wird, kann man etwas erreichen. Die neue Steuer wird in der internationalen Presse auch als so eine Art neue Digitalsteuer, weltweite Digitalsteuer bezeichnet. Ist sie das? Trifft sie vor allem die großen Online-Konzerne oder geht sie weiter? Nein, ich glaube, es trifft nicht nur die Online-Konzerne. Die sind sicher auch einige der Unternehmen, die sehr viel von diesen Steueroasen wie zum Beispiel Irland, aber auch Bermudas und so weiter profitieren. Aber es gibt faktisch kein großes international tätiges Unternehmen, was nicht eine ganze Abteilung hat, die Steueroptimierung betreibt. Und alle diese Unternehmen werden dabei wohl hoffentlich am Ende etwas mehr Steuer bezahlen müssen. Ob es gleich 15 Prozent sind, das weiß man nicht. Aber man muss ja mal irgendwo anfangen. Sie sagen hoffentlich. Das Problem könnte ja sein, dass viele Unternehmen dann sagen, wenn ich in diesem Staat 15 Prozent Steuer zahle, dann gehe ich halt in einen anderen, wo ich das nicht muss. Das Konzept der Steueroasen gibt es ja jetzt schon, wird es wohl auch noch in Zukunft geben. Was macht denn die Staaten, was macht Sie so sicher, dass nicht alle Unternehmen dann ausweichen auf diese anderen Steueroasen? Alle Unternehmen können nicht ausweichen. Einige sind ja auch durch verschiedene Bestimmungen in ihren Heimatländern verhaftet. Aber man kann schon etwas gegen die Steueroasen tun. Denn Sie wissen auch, diese Steueroasen wie zum Beispiel Bermudas, dass wenn alle großen Industrieländer sagen, von jetzt ab nehmen wir alle Finanztragsaktionen zwischen uns und Ihnen, sagen wir mal den Bermudas, sehr genau unter die Lupe, dann werden sich auch diese Länder fragen, ob sie es weiter so machen können wie bisher. Denn sie leben ja auch davon, dass es sehr einfach ist, Geld in diese Länder und aus diesen Ländern zu transferieren. Wenn das nicht mehr so einfach möglich ist, dann verlieren auch diese Länder ein Geschäft. Und deswegen glaube ich, dass sie letztendlich doch etwas nachgeben werden. Der deutsche Siemens-Konzern, der ja auch global agiert und vielleicht ein Betroffener sein könnte, warnt dieser Tage davor, dass der Aufwand für die Unternehmen und die Behörden in keiner Relation zum Nutzen stehe. Ist das so, viel Aufwand für die Finanzbehörden und am Ende vielleicht der Ertrag dann doch nicht so hoch? Also ich glaube nicht, dass letztendlich der Aufwand für die Finanzaufsicht so viel anders ist. Denn man muss ja auch jetzt schon diesen Unternehmen nachgehen. Man muss sehen, wo betreiben sie ihre Geschäfte, wo verbuchen sie ihre Gewinne, wo haben sie ihre Angestellten. All das wird ja jetzt schon überprüft. Zurzeit allerdings ohne großes Ergebnis für die Steuerbehörden in Europa und Amerika. Und ich glaube, der Aufwand wird ziemlich der gleiche bleiben. Nur hoffentlich der Ertrag für die Steuerbehörden bei uns wird etwas hochgehen. 15 Prozent Mindeststeuersatz sind jetzt momentan in Diskussion. Ganz fix ist es ja noch nicht. Aber das ist deutlich unter den 21 Prozent, die die USA vorgeschlagen haben. Wie ist denn diese Höhe dieses Steuersatzes zu beurteilen? Ist es ein wichtiger erster Schritt oder ist es ein Minimalkompromiss, der halt gerade mal möglich war? Ich glaube, es ist ein erster Schritt, weil es jetzt zumindest zur Zeit der Minimalkompromiss war, der einigermaßen durchkommen kann. Aber wenn wir uns ein paar Jahre vorausdenken, wenn vor allen Dingen die Zusammenarbeit zwischen den Steuerbehörden besser funktioniert, dann kann man ja diesen Satz früher oder später doch etwas erhöhen. Deswegen glaube ich, das Wichtige ist, erstmal mit einem niedrigen Satz anzufangen, festzustellen, ob es sich die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Steuerbehörden in verschiedenen Ländern, insbesondere der Steueroasen, verbessert. Und wenn das geschieht, sehen wir weiter. Herr Dr. Groß, vielen Dank für diese Einschätzungen und einen schönen Abend nach Brüssel. Dankeschön. Sagt Wirtschaftsforscher Daniel Groß in einem Gespräch, das wir vor der Sendung aufgezeichnet haben.